Jo Freunde, was geht es? Willkommen zu einem neuen Guide und zwar heute zu dem brandgefährlichsten Operator in Rainbow Six Siege. Heute soll es also ein bisschen um Goyo gehen und wie man diesen richtig spielt. Bevor das Video startet, noch ganz kurz Leute, abonnieren, nicht vergessen, auf Instagram folgen. Jetzt geht's los. Ja Leute, Goyo ist ein neuer Operator der Operation Emberize mit 2 Speed und 2 Armourpumpen. Als Primärwaffen hat er die Vector 45 und die allgemein bekannte Shotgun Sniper TCSG 12. Die Vector 45 spiele ich mit einem Holographics als Visier, einem vertikalen Griff und einem Kompensator. Und die TCSG mit einem ACOG, einem vertikalen Griff und einem Schalldämpfer. Je nachdem wie ihr spielt, würde ich euch die Vector oder die TCSG empfehlen. Wenn ihr über nähere Distanzen spielen wollt, das heißt zum Beispiel auch beim Roaming und nicht unbedingt Spawnpeen wollt, dann würde ich euch die Vector empfehlen, weil damit könnt ihr den Gegner so richtig schön wegsprayen. Und wenn ihr dann den coolen Spawnpeak Goyo spielen wollt, dann würde ich euch die TCSG mit ACOG empfehlen. Als Sekundärwaffe hat Goyo dann noch die P229 mit einem respektablen Schaden von 51. Lohnt sich. Und als Gadget könnt ihr euch dann noch zwischen Contact Nades oder Nitro entscheiden. Hier müsst ihr wieder selber wissen, was ihr spielen wollt, weil zum Beispiel die Contact Nades sehr gut zum Schilder zerstören ist. Und das Nitro aber viel besser zum Kills machen geeignet ist. Apropos Schilder, da sind wir auch gleich bei Goyos Special Gadget. Und zwar hat Goyo drei hochexplosive Schilder mit Gaskanistern hinten dran, die bei Zerstörung explodieren und ein Feuer auslösen. Das Problem ist halt wirklich, dass die Schilder nur bei Explosionen oder bei Beschuss auslösen. Das heißt, spielt Goyo am besten in Kombination entweder mit dem Wodka-saufenden Russen, dem Kapkan oder mit Maestro. Aber letztendlich kann das Schild durch jeden Operator durch Beschuss ausgelöst werden und somit kann man auch ohne diese Kombination Goyo spielen. Jedoch macht Kapkan sehr viel Sinn, weil dieser durch die Fallen dann das Schild auslöst und der Gegner somit keine Chance mehr zum Überleben hat. Die Schilder sind sehr effektiv, wenn man sie an Schlüsselspots platziert, wie zum Beispiel an beliebten Plant-Spots in Bombe. Diese können dadurch eben den Gegner am Weiterkommen hindern oder ganz vom Planten abhalten. Jedoch muss man auch aufpassen, weil auch die Gegner können die Goyo-Schilder für sich nutzen. Zum Beispiel, wenn sie geplantet haben und die Roamer am Reinkommen hindern wollen, dann können sie einfach die Schilder zerschießen und dann ist da halt Feuer. Man kennt's, dann ist da halt einfach mal Feuer. Hashtag RIP Goyo Des Weiteren gibt's natürlich auch Konter für die Goyo-Schilder, wie zum Beispiel die Gude Ash, die mit ihren Sprengköpfen die Schilder sehr einfach aus der Distanz entfernen kann. Jedoch ist festzuhalten, dass die Goyo-Schilder eben immer auslösen, egal was sie zerstört. Kommen wir nun zu den Spielweisen, wie ich gerne Goyo spiele. Ich gehe gerne mit Goyo Roam und nehme dann meistens noch ein Schild mit, um zu verhindern, dass ich umlaufen werde. Mit der TCS gehe ich entweder Spawnpeaken oder bleibe on Spot. Wenn der Spot von Schildern angegriffen wird, auch dann ist das Goyo-Schild sehr effektiv. Das Schild macht nämlich 39 Schaden pro Sekunde, egal bei welchem Operator. Und da haben natürlich die One-Speed-Schnecken einen sehr krassen Nachteil. Man kann natürlich auch mit den Goyo-Schildern Dropper öffnen oder Wände zerstören, aber das ist eher so ein Nebeneffekt. Und ein kleiner Fun-Fact noch, und zwar wenn ihr das Goyo-Schild zerstört, werden Frost-Traps, die dahinter liegen, nicht zerstört, meine Freunde. Das heißt, auch in Kombination mit Frost ist Goyo sehr effektiv. So Leute, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Brutzeln der Gegner. Fröhliches Grillen. Pass mein Brutzeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.